So und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mindtimer von meinem Kanal. Ja erstmal schönen ersten Weihnachtstag. Ich wollte gerade schon zweiten sagen, ne so weit ist es noch nicht. Wer war das? Sehr lustig auf jeden Fall. Ich habe hier noch einen Kopf von Silo bekommen, deswegen baue ich den mal eben ab. Kommt der da hin? Gut, da explodiert nichts. Dann habe ich noch ein bisschen was zu braten. Das nur. Und ich wollte mir eine neue Eisenrüstung erstmal diese Folge machen. Hose. Hanisch. Dann Kopf. Und Beine. Yes. Scheiße brauchen wir nicht mehr. Warte, ich ziehe die sonst kurz einmal an. Das kann da mit rein. Das kann da mit rein. Das kann alles so da mit rein. Das da, das da. So soll das erstmal passen. Erstmal das ist das wichtigste. Nur Schutz. Nur Schutz. Nur Schutz. Schutz und Heilbarkeit. Das hört sich doch ganz gut an. So. Dann haben wir das. Ähm. Wird es nackt? Ich glaube schon. Ja, ich habe eben schon mit Zucker dafür geschrieben. Kurz. Auf. Ja, ihr könnt dann auch mal reinschreiben, was wir alle so weinen. auf Weihnachten bekommen habt. Oh, sorry. Was ihr alles so zu Weihnachten bekommen habt. Und ja. Irgendwie sowas. Würde mich auch mal interessieren. Oder ob ihr ungezogen wart. Könnt ihr hier mal gerne reinschreiben hierher. Und dann machen wir hier auch noch ein bisschen Info mit rein ins Video, würde ich sagen. Das wird das vorletzte Video sein. Für dieses Jahr. Vielleicht kommt morgen noch eins. Weiß ich noch nicht. Muss ich gucken. Wenn ich es vorbereiten kann und heute noch schaffe aufzunehmen, dann ja. Wenn nicht, dann nicht. Weil ich ab morgen weg bin. Und deswegen werden auch erstmal keine Videos mehr vor dem 7.1. kommen. Und damit ihr halt einfach nur mal so Bescheid wisst, warum dann keine Videos kommen. Oh ja. Das war es da zuerst mal. Nehmen wir nur mal ein bisschen Eisen mit und so. Vielleicht streame ich heute aber noch mal gucken. Ich denke mal, dass ihr das Video jetzt so, wenn ihr sofort guckt gegen 15 Uhr vielleicht, 16 Uhr guckt. Und vielleicht streame ich den Abend noch mal gucken. Oder heute Abend gucken. Vielleicht. Mit wenig Wahrscheinlichkeit. Vielleicht. Genau das. Dann. Ihr könnt ja auch mal gerne reinschreiben, welches Format ihr vielleicht wieder haben wollt. Irgendwie was weiß ich. The Hunter Farming Simulator. Was gibt es noch? Was haben wir noch so gespielt? Oder zum Airport. Könnt ihr auch mal wieder was machen. Rescue Headquarter. Was haben wir noch? Minecraft. Was war das? Ja, Minecraft mache ich momentan wieder ganz viel. Daily eigentlich. Aber jetzt weit nicht mehr. Also es wird wahrscheinlich irgendwie am 3. oder so. Muss ich mal gucken. Habe ich schon zum Airport fertig geschnitten und so. Und vielleicht kommt dann, wenn ich nicht mehr schaffe, Minecraft aufzunehmen, irgendwann noch vor Silvester Rescue Headquarter. Oder wenn ich es noch aufnehmen möchte. Muss ich sehen. Muss ich sehen. Ob ich es überhaupt hochlade. Müsst ihr einfach Feedback da lassen, ob ich es machen soll oder nicht. Dann mache ich es. Dann mache ich es. Oder nicht. Scheiße, er hat nichts gedroppt. Das ist schon geil, dass man den danach nochmal wieder benutzen kann. Alter, leckt der zufällig so? Der war gut, der Schuss. Der Schuss. Der Schuss. Der Schuss. Ja, ich weiß nicht, was ich hier heute in der Folge richtig machen soll. Also die, ich wollte eigentlich nur meine Rüstung verzaugern. Das hatte ich nur auf meinem Zettel stehen. Und mehr nicht. Aber dafür bräuch ich nicht so lange. Trollen werde ich jetzt auch erstmal keinen mehr. Das war ja erstmal genug. Zockerteufel. Moi. Aber das war so geil. Zockerteufel, falls du das Video gerade siehst. Ich weiß auch, wer dich nochmal geprankt hat. Das mit der Erde. Falls ihr es noch nicht gesehen habt. Er wurde geprankt. Seine Hälfte oder seine Hälfte des Hauses war voll mit Erde. Und ja. Gönnung. Von Zockerteufel, falls du mich jetzt fragen willst. Wer war es denn? Hä? Wer war es denn? Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Doch, ich weiß es. Aber ich werde es dir trotzdem nicht sagen. Also. Brauchst du gar nicht als Versuchung. Was ist das strengste Geheimnis? Was ist das strengste Geheimnis? Bisschen Schuss irgendwie hier so. Ich spiele momentan noch meine Stimme Hilfe. Ich spiele momentan noch ein bisschen auf Cam. Da mache ich aber auch nicht nur sowas, wie ich jetzt gerade hier mache. Irgendwie rumlaufen und ein paar Tiere töten. I don't know. Ich brauche Fressen. Oder gucke bei den anderen, wo ich da mal was machen könnte. Womit haben meine Mission ist auch Geier zu suchen. Und wie heißt der hier? Steine, glaube ich. Aber die sind alle gar nicht mehr so aktiv. Also eigentlich am aktivsten in Rackzepsilo. Zuckertäufer nicht. Der Rest ist eigentlich... Na, ich auch nicht so wirklich. Aber ja. Fälzweise. Ist hier ein Creeper explodiert? Lärmäh. Das ist eine lecker Adresse. Okay, völlig auch arm. Die treffen sich hier ja bald. Zuckerteufel und Akzept. Wollen die zu zweit bauen? Okay. Hey du Spaten! Was reparieren denn den Zauber? Okay, warte mal, womit geht das damit? Ne. Maurice, lass mich bitte in Ruhe bauen. Oh Gott, ich nerv ihn jetzt noch ein bisschen. Oh, 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 ja. Mhm. Wie baut man die Scheißteile hier überhaupt? Das ist auch eine Rappelbude. Willst du beginnen? Mhm. War das nicht so irgendwie? War das nicht so irgendwie? Ich versuche nicht. Ich glaube, er fühlt sich ein bisschen abgefuckt. Was ist? Ich nichts verstehen. Ich habe nur noch 33 Schuss. Hey, piss dich du netter Junge. Okay, ähm, ja. Ich weiß nicht, was ich hier gleich noch cutten soll. Ich mache hier, glaube ich, wieder keinen Cut in dem Video. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Langeweile, ne? Ja. Ja, dann würde ich trotzdem sagen, wünsche ich euch noch einen schönen ersten Weihnachtstag. Und, äh, gönnt euch erst mal das Video hier, ne? Wer bis hier gekommen ist, kann gerne mal ein Like da lassen. Ja, bitte. Aber tschüss. Boom. Nein, okay. Ähm, und dann würde ich sagen, haut rein und ciao. Beide!! Kom, ciao. Vielen Dank.